Hey Leute und herzlich willkommen zu Fabis Frohe Vorweihnacht Folge 8. Dass wir bei der Folge 8 sind, bedeutet, dass wir bereits das erste Drittel der Vorweihnachtszeit überstanden haben. Da könnt ihr euch ruhig schon mal selbst applaudieren. Und heute hat auch Lego was Tolles gemacht. Es gibt vier Gläser für vier Personen. Und es gibt sogar das Richtige zu essen. Fleisch für die, die Fleisch mögen. Gemüse für die Vegetarier. Und, ähm, wie heißen nochmal die Leute, die nur Pizza essen? Genau, Pizzarier. Wunderbar, dann guten Appetit. Seht ihr, ich muss nicht immer alles kritisieren. Ich kann mich auch einfach mal freuen. Und wenn ihr euch auch freuen möchtet, dann ist das schön für euch. Und wenn ihr möchtet, dass ich mich mehr freue, dann seht euch die anderen Kalender an. Macht's gut und bis morgen. Euer Fabi von Legostein13.